Ein wunderschönen guten Tag meine Freunde, herzlich willkommen zur Black Ops 3 Beta. Wir spielen heute mal, wir haben schon sehr viel gespielt, ne? Uplink, das kennen wir noch nicht. Ich habe keine Ahnung, ob den Spielmodus überhaupt jemand spielt. Es sieht nicht so aus. Gut, wir haben übrigens Sonntag morgens, ich glaube Menschen, Abschluss bestätigt ja auch witzig. Die meisten Menschen liegen noch im Bett. Ich kling auch noch ein bisschen verschlafen, aber es ist okay. Wir spielen jetzt erstmal in Ruhe ein bisschen. Black Ops, alles klar. Wie viel steht es denn? 2.03. Nice. Wo soll ich denn da drankommen? Außer gar nicht. Boah, ich habe Bock. Direkt nach dem Aufstehen ein bisschen Black Ops spielen, ich habe richtig Bock. Gucken wir mal, ob wir die irgendwie von hinten überrannt kriegen. Hier komme ich nicht lang. Ja, okay, sind zu weit weg. Schade. Drohne nähert sich. Drohne, oh fuck. Boah, ist ja gar nichts los. Da ist er noch. Verbündete Drohne nähert sich. Komm her. Verbündete Drohne nähert sich. Die wollen alle nicht. Verbündete Konterdrohne nähert sich. Ich würde die gerne abfangen. Verbündete Konterdrohne nähert sich. Da ist er. Fuck. Nice. Fuck. Du Penner. Ich hasse dich. Kopfschuss. Nehmt ihr mich, weil nur die Sachen... Da ist er. Drohne nähert sich. Oh, oh. Ganz kurz mal in Deckung gehen, weil da kommen einige. Da hat auch einer. Ja, ich gehe mal um. Wow. Ja, guck mal, hier im Haus sind wir. LOL. Vorräte unterwegs. Oh. Drohne bereit für Befehle. Gott. Könnte bitte meine Drohne wieder auftauchen? Ach, Drohne. Ha. Schwebeladung eingesetzt. Aha, da hinten. Okay. Fuck. Berimeter auf 10.000 Fuß über Normal 0. Es hätte funktionieren können. Es hätte funktionieren sollen. Halt schnell. Nice. Treibstoffkontrolle abgeschlossen. Ich ziehe schneller als mein Schatten. Ich bin Lucky Luke. Hahaha. Oh, oh. Achtung. Feindliche Vorräte von oben. Achtung. Feindliche Drohne nähert sich. Geht doch nicht. Oh, nettes Auto. Auch noch nicht gesehen. Feindliche Konterdrohne in der Luft. Radar offline. Danke. Feindlich am Boden. Ah, scheiße. Sehr schön. Nice. Sind die jetzt... Diese Spawnpunkte verschieben sich aber auch immer so, wie sie wollen, ne? Die Artillerie ist hin. Hellstorm erwartet Befehle. Oh, fuck. Eui, 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 eui. Nice. Ich hab was getroffen. Kann man auch nicht immer von mir behaupten. Okay, Kollege. Sorry. Was sind denn die? Da schießt doch irgendwer. Boah! Das war ein traumhafter Schuss. Boah, der Bogen, ne? Ich sag's jede Folge. Das Ding ist einfach ein Traum. Wuh! Feinde haben unsere Drohne zerstört. Feinde können mich mal. Ach, Konterdrohne muss das sein. Oh, lol. Feind am Boden. Komm her. Verbündete Drohne nähert sich. Verbündete Vorräte nähert sich. Scheiße. Das ignorieren wir einfach. Das war ja so schief geschossen. Fuck. Verbündete Hellstorm. Das ist gut. Verbündet euch gerne. Wow. Das waren viele Abschüsse. What? Das war mega viel. Oh, ausgeschaltet. Angesichtet. Nice. Konterdrohne nähert sich. Vorräte unterwegs. 25% Drohne nähert sich. Sieht aus, als könnten wir das gewinnen. Verbündete Konterdrohne nähert sich. Drohne Prioritätsanfassung erhalten. Umleitung. Scheiße. Achtung. Feindliche Drohne nähert sich. Feindliche Schwebeladung im Operationsgebiet. Drohne nähert sich. Nice. Sehr schön. Alle CDP-Einheiten ausgeschaltet. Huh. Sie konnten sich nirgends von ihr verstecken. Hat Laune gemacht, die Runde. Muss ich so zugeben. In den Fuß geschossen. Nice. Granate! Bewegung! Bewegung! Ich bin Zweiter geworden. Nicht schlecht. Das Aussehen von dem Typen ist irgendwie echt geil. 23, 6. Not bad. Das sind Stats, mit denen ich leben kann. Kriegen wir noch ein paar Statistiken, bitte. Dankeschön. EMP und Schaft kriegen wir. Level 11. Und das war's. Okay. So. Dann spielen wir jetzt noch mal. Huch. Ich darf gar nicht drauf rumdrücken. Ah doch, jetzt. Ewag. Punkteserien ist noch nichts Neues, außer die Schwebeladung. Was hat denn der Typ vorhin gehabt? Der hatte so. So Fliegedinger, ne? Welchen Spezialisten hatte der? Ab Level 22. Ah, okay. Der hat wohl anscheinend noch ein bisschen mehr gespielt. Nein. Ich würde auch eigentlich mal einen anderen Typen spielen. Aber ich finde den Bogen so geil. Der macht einfach... Kenn ich die Map? Abschluss bestätigt. Oh, die Map kennen wir noch nicht. Geladen und entsichert. Ich folge. Drei gegen vier. Kommen vielleicht noch ein paar. Die Map kenne ich noch nicht. Als Kommando sieh zu. Macht mich stolz. Macht mich stolz. Schau mal, wo es hier lang geht. Da haben wir ein paar Höhenunterschiede. Okay, sehr geil. Leu. Erinnert mich ein bisschen an... 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 äh... Scheiße. Ich glaube, der hat eine Schrotflinte. Kann das? Ja. Mit dem ganzen Grün gelötet und so. Ja, das erinnert mich... hart an Crisis. Vor allem mit den ganzen... Höhenunterschieden. Mega geil. Okay, die Map kann was. Ich muss mich hier natürlich erstmal zurechtfinden. Aber bis jetzt ist sie auch schon echt... Die ist nett. Ich finde sie echt nett. Wenn man hier nicht aufpasst, landet man auch schneller irgendwo. Lol. Ist der hinterher gesprungen? Ha! Er ist in den Tod gesprungen. Opfer. Danke. Feind erledigt. Ach, nö. Wow. Was ist das denn? Fuck. Musst du dir jetzt von der Seite kommen? Damit rechnet doch keiner. Danke. Die Jagd geht los, Mami. Feindliche Drohne nähert sich. Feindliche Konterdrohne in der Luft. Radar offline. Kommando. Drohne. Jetzt. Drohne. Ja, super. Während die Konterdrohne online ist. Perimeter auf Achtung. Feindliche Vorräte vor... Ah, jetzt geht's wieder. Sehr gut. Wollte schon sagen, ich hatte schon bessere Ideen. Bei 50%. Nein. Überwachung erlebt. Feindliche Eter entdeckt. Feindlicher Hater entdeckt. Boah. Scheiß Bogenspast. Nice. So. Oh. What? Die sind gut. Muss man ihn lassen. Oh. Oh. Nein. Scheiße. Danke. Da links war noch einer. Der uns wieder umrundet. Da wette ich doch. Da ist er. Feindliche Drohne gesichtet. Den hab ich gese... Gesehen. Feindliche Drohne. Okay. Dann weißt du, dass ich hier irgendwo bin. Fuck. Feindliche Drohne nähert sich. Feindliche Vorräte über uns. Scheiße. Feindliche Drohne ist aktiv. Sehr schön. Drohne und Konterdrohne. Achtung. Feindliche Kontterdrohne ist aktiv. Feindlicher Kämpfer. Feindliche Vorräte über uns. Warum stehen die alle AFK? Freunde, bewegt euch mal. Achtung. Feindliche Vorräte von oben. Scheiße. Feindlicher Dart unterwegs. Feindlicher Dart? Was ist denn ein feindlicher Dart? Nichts Gutes wahrscheinlich. Feindliches Raps Landeschiff über uns. Raps Landeschiff? Was ist das denn? Fuck. Feindliche Vorräte über uns. Feindliche Drohne gesichtet. Was ist das? Wow. What the fuck? Was waren das für Dinger? Ich frag besser gar nicht. Achtung. Feindliche Drohne nähert sich. Ach, hier kann ich rum. Ah, cool. Hier kann ich rumrennen. Kommt am Boden. Die Dinger sind ja mega geil. Der ist erledigt. So Star Wars, äh, Rüdikas. Mega witzig. Ziel am Boden. Oh oh. Die Dinger sollen mich nicht verfolgen. Da ist ein bisschen Ruhe. What the? Illus? Okay, es gibt noch sehr viel geilen Scheiß in diesem Spiel, glaub ich. Wo? Doch nicht Konterdrohne, wenn ich eine Drohne rufe. Wie viele gibt's denn von den Dingern? Das ist ja mega unwitzig. Oh Gott, und noch ein feindlicher Hellstorm. Drohne verlässt Einsatzgebiet. Die uns überhaupt nichts gebracht hat. Boah, der und seine hässliche Schrotflinte. Wie denn? Die führen so geringfügig. Das ist nicht dein Ernst. Aua. Lass mich in Ruhe, Hellstorm. Geh weg. Du bist anders. Wir verlieren. Ich bin damit nicht konform. Scheiße. Es gibt keine Worte, um das zu beschreiben. Auf ganzer Linie gescheitert. Wir müssen klüger kämpfen. Ja, so ein AFKler töten. Braucht sogar noch zwei Schläge. Lame. 4.000 Punkte. Ich glaube, wir sollten wirklich mal die Schrotflinte ausprobieren. Die könnte witzig sein. Ein bisschen rumrennen, ein bisschen Schrotflinten-Action. Ich glaube, das hat was. Aber gut, das war's dann für diese Folge. Für heute. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns dann morgen zu einer nächsten Folge. Abschluss bestätigt wieder. Macht's gut. Tschüss. Derzeit ist sicher. Ich gehe ja gleich zum Beispiel. Und dann habe ich euch gefallen.